Beechline Quickies Hallo, heute geht es um den Jump Top Spin oder auch Sprungaufschlag genannt. Er wird eingesetzt, um den Gegner mit einem harten Service unter Druck zu setzen und um Asse zu servieren. Die Knotenpunkte der Technik sind ähnlich wie beim Tennisaufschlag. Allerdings ist es anders, dass wir in der Regel einen 3-Schritt-Anlauf haben und der Ball aktiv in das Feld hineingeworfen wird, sodass ich hinter der Grundlinie abspringe und den Ball ca. einen halben bis einen Meter im eigenen Spielfeld treffe und dann versuche von oben nach unten in das Feld des Gegners zu schlagen. Noch ein Tipp, wenn ihr keine Auszeit mehr habt, dann reinigt eure Spielkleidung besonders lange und putzt eure Brille. Auch das verschafft euch wieder 30 Sekunden Zeit.